Hi Leute, ich bin Zenero und wir starten ein neues Sackboy Video. Und zwar bin ich in der ersten Welt durch. Wir reisen jetzt in die zweite Welt. Wir haben auch schon den Boss erledigt, den ersten. Das könnt ihr in den Videos sehen, die ich hier vorgezeigt habe. Und jetzt reisen wir zu den wuchtigen Lüpfeln. Und dann schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Gehen wir doch mal hier rein. Also bis jetzt fand ich jedes Level abwechslungsreich. Mal schauen, wie es weitergeht. Ah, da kann ich einfach hochlaufen. Okay. Jo, ich kann ihn nicht erledigen. Doch. Mein ich noch. Muss doch gehen. Okay, aber nicht von der Seite. Ah, jetzt sehe ich das. Sie haben an den Seiten so ein Messer. Vorne geht's auch nicht. Schon zwei Leben verloren. Das ist schon die erste Kugel. Gehen wir erstmal hier hoch. Bei den letzten zwei Videos ist mittendrin das Mikrofon aus. Das war mein Fehler. Ich habe das ja, wenn man hier am Controller das Mikrofon ausmacht, dann ist das externe Mikro auch aus. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe das mit der Begriffe ausgesucht. Ich habe Dron-Fahrer ausgesucht. Ich habe mich auf die Schmerzen und Fahnen. Vierer erstellt, wenn ich mir das. Verst du? Hier kommen wir nochmals zurück. Gut, hier war ich ja eben schon mal. Ach, wie ungeschickt. Gut, hier war ich schon mal. Gut, hier war ich schon mal. Gut, hier war ich schon mal. Okay, so geht's nicht. Okay. 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 Das geht auch anders, oder? Okay. 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 Ach ja, gewusst wie. Na also, geht doch. So. Was ist denn da noch? So, hier müssen wir alles haben. Dann gehen wir mal hier rüber. Dann gehen wir mal hier rüber. Dann gehen wir mal hier rüber. Wie kommst du denn mit diesem Wechs ungeziefer voran? Bei allem ein Wanderer. Gehen wir erst mal hier hoch. Das war doch nicht so gut. Ich habe das ein Wanderer. Ich habe das mit dem Wechsle-Bereich. Ich lasse hier erstmal Ruhe. Ich hoffe ja, dass ich die nicht noch brauche für eine Kugel. Ich darf lieber springen. Jetzt habe ich einen Ring. Ah, so, okay. Okay, danke schön. Ich habe sie gerüstet, ist aber immer noch steinhart. Vielleicht hast du mehr Glück. Bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich habe hier irgendwas gesehen. Genau da kann ich da rüberspringen. Nimm mal eine an. Da muss man erstmal drauf kommen. Gut, ich denke, die letzte Kugel wird ja wohl nicht mehr hier sein. Wenn doch, wäre natürlich blöd. Komm, ich habe jetzt einen Schirm. Ich kann mich da von der Seite erwischen. Nein, kann ich nicht. Okay. Ich kann mich da von der Seite erwischen. Oh, 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 oh. Ach, ey. Ah, da ist ja die fünfte Kugel. Okay. Dein Schirm ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Ent Sklusspann an Century. Das ist weg. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ach. Ah, das ist mir einfach zu viel hier jetzt. Vielleicht reicht es ja schon für Gold, wie werden Sie sehen. Die paar können ich ja noch mitnehmen. Oh Gott. Ich sehe, ich gehe schneller. Ich glaube 6.500 hätte ich gesehen, müsste ich, brauche ich. Gut, wenn ich jetzt noch zweimal sterbe, dann erkomme ich. Wir haben ja alle Kugeln, das war das Ziel. Wie soll ich denn hier rauskommen, ich muss ja alle erledigen. Sieht so aus, oder? Oh nein, hier geht's weiter. Du machst das toll, Sackboy. Vielleicht mache ich dich ja sogar zum Ehrenmitglied des Ordens, der gelben Halbmondfurt. Ja, guck nur beeindruckt. Ta-da. Ja. 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 Jawohl, hat doch gereicht. Und das beim ersten Anlauf. Gut, hier haben wir wieder ein Bonus-Level. Ach, nee, ne? Ja, ja, ja. Aber das ist auch recht verwirrend hier. Die Zeit ist um. Na gut, das kann man besser, oder? So, nächstes Level. Komm her. Oha. Ach, ich hab schon wieder Schläge gestorben. Ach, ich hab einen Bumerang. Das ist ja cool. Schön durchlaufen. Ein Schüssel von fünf. Hm? Ja. 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 Ich will. Ach so, okay. Ja, das ist doch cool mit dem Boomer. Das gefällt mir doch schon mal. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Ach, das habe ich fast gedacht, dass das so knapp ist. Gut, muss ich da noch mal rein? Eigentlich nicht, oder? Genau, hier bin ich eben hoch. Immer gut, nochmal nachzuschauen, oder? Jetzt geh ich an Ihren. Da waren wir das Aufrädchen. Ja, da waren wir hier. Ja, die waren wir noch fertig. Und da geht es auch noch weiter. Ach komm! Immer das Mehl. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, die Schlüssel hätten wir ja alle. Und zwei Kugeln. Hier sind wir richtig. Die dritte Kugel, denke ich. Aber da ist sie doch schon. Okay. Jetzt müssen wir wieder rauskommen. Ja, 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 ja. Kein Schein, hab ich ja erledigt. Wenn ich auch mal gestorben bin. Trotzdem. Okay. Okay. Jetzt muss man nur noch den Ausgang finden. Die kann da eigentlich nur hier unten sein, oder? Ach, komm. Hier bin ich hergekommen. Aber hier war ich ja noch nicht. Kugeln, ich bin für mich noch nicht. Ja, das ist gut. Ops! Das reicht wahrscheinlich nur für Silber, wenn überhaupt. Ja, das reicht. Na gut, aber alle Schüssel, alle Kuchen. So, das war's für heute, wieder zwei Level geschafft. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschö.